Mit der Lanze reinigen sie Dusche und Badewanne und entfernen Schmutzränder und Flecken von Armaturen und aus dem Zwischenräumen. Durch die hohe Temperatur des Dampfes wird die in diesen Räumen normalerweise sehr hohe bakterielle Belastung wirkungsvoll bekämpft. Die Räume werden keimfrei und garantieren die für unser Wohlbefinden notwendige Hygiene. Untertitelung des ZDF für funk, 2017